Hallo und willkommen! Da seid ihr ja. Ich habe euch schon erwartet. Der Walter von Wifirl schreibt mir gerade, dass er für euch durch sein Dorf gegangen ist und hat viele Weihnachtsimpressionen gefilmt und fotografiert. Schaut selbst! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na, war es schön, durch den Ort zu gehen? Und nun wollen wir mal schauen, was die Nachbarschaft so alles fotografiert und geschmückt hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wunderschön, nicht wahr? In der Vorweihnachtszeit schmücken viele Menschen ihre Häuser und ihre Wohnungen und haben so viel Geschick und ganz tolle Ideen. Und wer noch nichts hat, der geht einfach in das Ambiente in der Ölmühle in Ken. Dort ist ein reichhaltiges Angebot und für jeden Geschmack etwas dabei. Also, kommt mit und begleitet WFIRL! Musik 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 So, das waren ein paar Eindrücke aus dem Ambiente in der Ölmühle in Ken. Denn Freunde und Verwandte von WFIRL stellten ihm noch viele, viele schöne Motive aus ihrer Dekoration zur Verfügung. Die möchten wir euch jetzt auch hier noch präsentieren. Also, viel Spaß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020